Und herzlich willkommen zu Herr der Ringe, Schlacht der Mitte der Part Nummer 17 Wir müssen jetzt Osgiliath Befreien Unterstützen Osgiliath war einst das Juwel Gondors Heute liegt die Stadt in Trümmern Und ist Schauplatz des Krieges zwischen Gut und Böse Das kann jetzt lustig werden Auf jeden Fall kommt Fahrer mit zu unterstützen Das weiß ich Aber so viele Einheiten haben wir nicht Wie das jetzt angezeigt wird Die dunklen Horden Mordors werden täglich stärker Sie belagern Osgiliath Die Soldaten Gondors kämpfen verzweifelt Um den Feind aufzuhalten Aber die Wachen an den Brücken werden stündlich weniger Die Scheiße Das schau ich doch niemals Ja das ist einfach als gesagt Einfach getan als gesagt Das Gehöft ist fertig Das Gehöft ist fertig Das Gehöft ist fertig Weiter so weit Läufer Zerstört alles Du Scheiße Das Gehöft ist fertig Ach hier ist doch was gar nicht so eine Scheiße Das Gehöft ist falsch Der Feind kontrolliert sich jetzt in der Grunde Rieße Das fehlt so viel für mich Wir sind bereithalten Warum ging die denn zurück Wir sind hier durch Die sind durch Zweier jetzt kann ich dir ernst aus dem hausen so machen wir schaffen da unten sind wir zerstört da oben schießen die nicht einer ist übrig von jetzt kommt auch immer noch hier Das ist voll übertrieben. Ich beiche aber vorher ab, bevor die Zeit abläuft, weil da kommt immer was Extremes. Das ist immer so extremer. Keine Trolle, nein. Das ist schlechter gesagt als getan, ne, Werner? Vernichtung. 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 Bogen schützen sind bereit. Seid wachsam, Männer. Bogen schützen vorrücken. Geht er hoch. Geht er hoch. Mach was du willst. Heute sind wieder Leistungen unterwegs. Da machen wir wieder Leistungen in meinen Händen. Nur ihm, 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 ihm. Das ist doch unfassbar. Wir schützen den weißen Turm. Lamsam geht. Lamsam. Aber sicher. Böse. 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 Wöse, guck mal was dahinter war. Alter, geht zurück. Bleibt zusammen. Ist überhaupt nur ein Turm? Ne, das ist gar kein Turm, ja. Alter. Alter. Bleibt zusammen. Das ist nicht die Anyone jogar. Da will den einen essen. Habt ihr das gesehen? Wir haben das Ding wieder hier unten verloren, Leute. Dort hat er gerochen, dass wir da runtergehen. Dort hat er gesagt, nein, du nicht, du schwimmst. Bereilt euch! Reiter der Wagen! Rauf auf! Sie sind zu nah! Vernichtet alle Männer! Vernichtung! Vernichtet sie alles! Unsere Schützen werden angegriffen! Wir haben den Schießstand verbreiten! Das ist halt geil, wenn die Einheit für ewig dann vereint. Aber dann für die Runde weg sind. Also wenn die Runde beendet sind, sind sie dann auch weg. Das wäre geil. Dann spammst du das und dann hast du so 10 Millionen Einheiten in den anderen Dreck! Das würde ich so gerne feiern. Oh, hier sind auch noch einheiten. Wo kommen die denn her? Oh, die sind sich verkischt oder was? Nee, wir kämpfen nicht. Wir haben keine Lust dazu. Wir spielen gegen Krieg und so. Ja, das können die halt sagen, ne? Noch 6 Minuten. 6 Minuten. Noch 10 Minuten. Das tupfen wir doch im Nies. Bewegt euch, ihr Maden! Krieg! Der Feind! Entdeckung, Männer! Hey, da hat er dann bemerkt, dass wir Krieg haben. Information bleiben! Frau Werb! Das stört nur irgendwie, dass wir keine Enthalden haben hier. Information bleiben! Ich kann mich mal runtergehen. Information halten! Der ist jetzt am schwächsten, zur Zeit. Bewegt euch, ihr Maden! Mut, Männer Gondors! Nur Mut! Meine Freunde. Immer noch 6 Minuten, Mann! Die Zeit gehört nach vorbei! Ihr Feind! Entdeckung, Männer! Fötig gesehen, können wir jetzt alles machen mit Wurde. Ich hätte gerne die Adler, aber wir müssen hier runter dann. Ich weiß gar nicht, wie fehlen wir so viele Punkte. Ich will ähm... Erst Gondor komplett machen. Ich gehe voraus. Also Gondor normal machen. Bis halt der Krieg zwischen mir steht kommt. Und dann können wir die ganzen Kämpfe, äh, die ganzen Gebiete noch einnehmen. Dass wir im Endkampf so richtig überpowert sind. Dass wir äh... Richtig fighten kommen! Ready to fight! He 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 he! Und so. Bewegt euch, ihr Maden! Legt alles in... Oh, das müssen wir auch klappen. Das ist kein Problem. Ich muss doch gehen. Tut mir leid. Oh, ich erinnere mich noch an dieser... One Piece. Huh, 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 huh. Dieser... Der... 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 Fighting... Der... 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 Verdacht.... Die... Der... Wir haben ein neues Gehöft. Bleibt wachsam. Bereit machen, Borgenschützen. Turm wachen. Das muss der Feind sein. Vorwärts. Bleibt wachsam. Nasko. Aufpassen. In Stellung bringen. Der Feind ist unter uns Männer. Die Werfen mit irgendwelchen Leichen. Feuer frei. Komm, noch einmal. Hallo. Perfekt. Haltet ein, haltet aus. Vernichtet sie hier. Wollte das auch mal sagen. So eine kleine Katapulte dann. Und dann noch Geld gehöre. Ich will Fahrer mir holen. Oh, Fahrer, wenn dieser hintrefft. Erinnert die Formation an der Inferie-Batallion. Haltet nach dem Feind-Aufschau. Bildet Reihen. Wow. Super. Wir haben ein neues Gehöft. Krieg ich jetzt extra Kekse oder was? Mann, 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 Mann. Die südliche Brücke wird angegriffen. Ja, ja. Sie greifen an. Ich weiß nicht, warum die Ritter nicht vorne sind, aber gut. Information bleiben. Vernichtet sie. Wächter, Attacke. Muss keiner verstöhnen, ne? Ich müsste auch mal Einheiten lernen. Schild, wo ich vor mir sehen. Wie kommt ihr mit durch? Alle ist rum. Wir schützen den Weißen-Turm. Oh, boop, boop, boop. Da bin ich mit der Mühe reihe. Ich kann noch ganz, 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 schlafen, äh, nach, äh, nachten. Zusammenbleiben. Gehen wir. Ganz den Tag schlafen, so rum. Ganz den Tag schlafen, so rum. Ganz den Tag schlafen, äh, nachten, tachten. Wir schützen den Weißen-Turm. Wir schützen den Weißen-Turm. Ich bin nicht nur, wenn er nicht die Saufbranicht. Sie haben angegriffen. Was, na, wo? War das? Wie? Was? So viel töten. Ist er ein Maske gekommen oder was ist er gekommen? War so viel Todes da oben. Ja, ist ja richtig cool. Das ist ein Tauschen. Wir werden angegriffen. Wir können übertreiben. Ring das Katapult zum Schlachtweg. Jo, wir sind dabei. Oh mein Gott, wir werden hier weniger. Was hat so viele? Aber gleich kommt der Fahrer mir und sagt er. Also ich bin der Babu. Ich muss euch alle besiegen. Ich frage mich, ob die Maske hier auch noch schon drin sind. Oder der Niesmeister. Entdeckung, Männer! Ausschwamen! Pustele. Bring das Katapult zum Schlachtweg! Boah, jetzt gibt's hier Kohle, Kohle, Kohle. Das find ich gut, gut, gut. Wir sprechen gleich ab, ab, ab. Rücken wir vor! Rücken wir vor? War das eine Frage oder rücken wir vor? So, ich speicher jetzt mal. Also mach mal kurz die Augen zu. Da, 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 da. Ja. Oh, hey, die Fahrer mir, komm! Habt ihr denn? O, da ist der Hund. Da war er mir. Und jetzt? Alle? Na haben wir nicht? Na ist gut Wir müssen das schaffen Wir haben den großen Boss dabei Lasst die Gefahrwänden frei Wächter, Attacke Lauf Scheiß, No School Formation halten In den Turmmänner Haben wir uns gerade selber beschossen Das ist voll der Foxy Style Einbekannte Foxy Style Oh nein Da sind die No School Wie das aussieht Wie das aussieht Weiter gehts Wir kreisen uns ein Und dann spielen wir Wörner Gute Arbeit, Männer Folgen wir über den Fluss Jagen wir die Fluss schon mal Macht euch kampfbereit Wir haben angegriffen Der Feind, auf Sie! Och ja, wir sind gut durch die Müller Die Fluss Vernichtet sie! Bringt sie zum Schweigen Schleudert sie in den Abgrund Befreut die Räume Befreut die Bäume Befreut die Bäume Der Nazgul ist gefallen Der Nazgul ist weg Haha Los Bäume Lass auffallen Ja, wir haben viel verloren Aber die Schlacht ist gewonnen Zu Gott weh Da ist noch ein Nazgul Jetzt! Er fliegt über uns! Er hat Angst Er hat Angst Er hat Angst Er sucht nach Spuren Ich weiß nicht mehr Hier oben meine ich wieder eine gewesen Jetzt! Muss es ja irgendwie Der Feind hat bereits ein Lager aufgeschlagen Die Schlacht wartet! Los Bäume an die Macht Die Schlacht Nachdorf, mach ne Pause Okay Wir haben den Schießstand! Wo ist eure Waffen? Vertrag Ressie! Wir kämpfen für Gondor! Unsere Truppen werden angegriffen! Sag mal, da sind wir vier Bäume! Regen hat sie noch Die Flüsse ist gefallen! Lass keinen entkommen! Was? Wo sind meine Gondor? Boah, hatte ich schon Angst, wo sind meine ganzen Schildeinheiten hin? Okay, zwei Nazgul sind weg. Fehlen noch zehn. Scheiße. Ich mach gleich wieder Einheiten, aber erstmal muss ich jetzt zurecht gehen. Los, töten, umbringen, alles was sie können. Was war das? Nein. Oh, die sind nur Orks. Die Räume liegt auf nur. Das ist eine Droge von uns. Die möchte das ausschalten. So, hier können wir ruhig Schmeister machen. Der erstmal zehn Jahre braucht. Habt ihr etwas gehört? Nein. Oh, das ist heftig, das ist so heftig, das ist so heftig. Ach, wer seid ihr zu leicht ausgerüftet? Ich glaube, wie weit schießt das scheiß Ding. Wir brauchen Katapulte. Wir schützen den weißen Torf. Diese Wege werden sicher. Wir haben die Werkstatt verbessert. Werkstatt? Werkstatt. Ich kann sagen, welche Werkstatt. Unsere Truppen werden angegriffen. Ja, die können die ja hin. Waldläufer, wir kämpfen für Gondor. Wir schützen den weißen Turm. Bringt das Katapult zum Schlagfeld. Bleibt wachsam. Formation halten. Die Dinger gehen hier einfach kaputt, aber der Rest ist halt scheiße. Ich brauche einen Katapulte. Wir bewerben diese Flanzen schützen. Such deine Schützen in der Weisheit und E-Hit-Wege werden sicher bleiben. Information bleiben. Haltet sie auf! Feuer! Der Feucht ist unter uns Männer! Der wird euch verbrechen! Macht euch Kampfbereit! Schocken die nicht. Los weg. Rücken wir vor! Jetzt hat er ne Chance. Sie sind hier. Schnell jetzt. Sucht nach Spuren. Bestraft alle Feinde Rohatz! Beretet das Katapulte! Da hin. Der Feind! Entdeckung Männer! Feuern! Da! Oh! Erhaltet den Horizont im Auge! Da greift man seine Arme an. Scheiße. Oh, da greift man seine Arme an. Ja, ja. Der Fuxi. Der mag doch gar nichts. Vorwärts! Bleibt wachsam! Werft den Feind nieder! Wir müssen wachsam sein. Haltet ihr wach! Sie haben angegriffen! Spione des Feindes! Ich will die hier einsetzen. Ich will die hier einsetzen. Ich will die hier einsetzen. Hierher! Der Feind! Entdeckung Männer! Boah, wie viel ist das denn hier? Ubertrag doch! Wir müssen die drei Lager ausrotten. Komm schon! Vorwärts! Vorwärts! Ach, das hat mir ne Scheiße! Entschuldigung! Trink das Katapult zum Schlachtfeld! Der Feind ist nicht fern! Aufpassen! Aber im Конterbraun, wenn wir ministeriert machen, brauchen wir sowieso keine gepulteneinheiten mehr. Aber das wäre gerade richtig scheiße ausgegangen, wenn wir jetzt keine gepulten Einheiten also keine aufgebrauchten Einheiten gehabt hätten Das wäre ein dickes Problem Und ich gehe da extra nicht ran, weil böse Schaden Sie greifen an, kommt schon Ach nur zwei Tage noch Erhaltet den Horizont im Auge Jetzt raue ich mich aber nicht da hoch äh da runter Bleibt wachsam Bleibt wachsam Bringt sie zum Schweigen Warte aber auf jeden Fall Die Gruppen haben wir auf jeden Fall nicht geflogen Oh wir haben Ernst Wir sind mit den neuen Feuersteinen fertig Voller Steine hört sich gut an Sie haben angegriffen Das sieht aus wie mein Mein Teil brennt Äh wie das Teil brennt Wie mein Teil brennt ey Errettet das Katapult vor Da ist er Oder brennt da drüblich Hm Es ist schrecklich Es sieht so schrecklich aus Da ist er Da ist er Da ist er Da ist er Der Feind Entdeckung Männer Vorsicht Da Da Vorsicht Da Da Vorsicht Feuern Einer Boah du Scheißdinger Räumen die Bäume weg Mehr Munition Feuern Bin dabei Feuern Wir haben es nie gegrüßen Hoho Der Feind ist unter uns Männer Immer mit der Ruhe Feuersteine Was muss man sich erst machen Haha Werft sie nieder Männer Werft sie nieder Männer Wollen die denn einfach durch Wollen die denn einfach durch Weiß keiner ne Wollen die einfach durch ran Wollen die einfach durch ran Wer Verteidiger des weißen baumes Seil spannen Spanne Seil Seil ist gespannt Schießt Oh wach ja Bäume die Räumen auf Ist immer der Welt nicht mehr da und die scheiß Bäume Information bleiben Wir werden dieses Land schützen Ich hab mich selber angezündet Ach Scheiß Mehr Munition Wir haben hier eurem Fein Wir müssen das letzte feindliche Lager vernichten Information bleiben Ja das ist so gut wie zerstört Die Posten können wir gar nicht einnehmen Kann ich rein Ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung Bescheid gehabt Wir haben gewonnen Wir haben gewonnen Wir haben gewonnen Wir werden dieses Land schützen Da Oh Ich hab mich das Ding noch ganz Wir werden diesen Ort des Bösen vernichten Ja das machen wir Guck mal die Kartoffelte sind schneller da Guck Ich kann doch einfach mal ausbrechen Ich kann doch einfach mal ausbrechen Ich kann doch einfach mal ausbrechen Oh sie gehört Sieht sich zurück Sieg 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 Der Schatten wurde zurückgedrängt Sieg 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 Bop 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 k die reise des ringträgers wird immer gefährlicher mit dem türkischen gollum als führer müssen frodo und sam vorbei an unzähligen gegnern einen weg nach mordor finden ich will aber nicht warum ist die gemeinschaft die eidbrecher da runden riesengebiet ab 20 böse alle fand ich würde mal sagen 360 box ich will auch mal sagen das war partnummer 17 von schlachter mit der bis zum nächsten mal tschau tschau